Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play American Truck Simulator mit mir den Sättigasius und in dieser Folge weiß ich noch nicht was wir machen Auftragsangebot auf den Frachtmarkt ganz viel Öl Wo sind wir denn überhaupt wir können ja nicht irgendwas annehmen wir sind wo ihr da so ein Bakersfield was ist das hier das schaut auch gar nicht so interessant aus Lüftungsschacht ist das haben wir noch so Eisenrohre in die andere Richtung aber ja nicht irgendwas anderes hier zum Beispiel ja guck mal da waren wir noch nicht in diesem Ort Reifen mach mal ich bin sehr müde wir versuchen mal irgendwie zu schlafen so fahren wir hier raus setzen wir mal einen Klicker war das so der reicht da gucken wir doch mal ob wir hier irgendwo eine Schlafmöglichkeit haben wir hätten ja auch im System das hätten wir auch machen können jetzt haben wir wieder die langweiler vor uns ja du bekommst gleich deinen Schlaf genau machen wir das doch mal schaut doch wie Mitternacht aus also mach das Licht an ich glaube ich hätte erst die Fracht abholen können ne kann das sein auch ja das haben wir nicht mehr rechtzeitig geschafft aber wir müssen wirklich schnell machen bremste ab wir biegen mal schnell ab ja ist das noch da ne ist es nicht mehr da nach Hohen können wir hier fahren ach verdammt da wir wollen wir stehen dann ist jetzt und das eigene die Mittel ja ja das ist ja ein kurzer Part echt bescheinlich da kommt nichts hui ja polizei sehr gut alles prima alles prima damit fehler gemacht dass immer ein fernlicht an die kinder sand kam dann eben auch kein fernlicht schade so 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 ich kann nicht so schnell mensch mensch diese polizei was mit so schnell gefahren wie kommt es gar nicht so schnell vor dieser 50 oder 48 48 wie nahm das ist das ist lang ich will schnell nach vorne sieht man gar nichts in der nacht aber cool dass die ganzen essensketten irgendwas zu sagen hätten dass der fahrer irgendwann auch mal hunger hat möglicherweise kommt ihr was ja kommt was aber das kann auch warten w Ja, ja, ja. Guck mal, die überholen mich alle, ja. Wie die kaputten. So. So. Fahren wir mal hier lang. Mir ist sogar auf der Landstraße 105 erlaubt. Bei uns auf der Landstraße in Deutschland ist das nicht erlaubt. Darf man nur bis 100 fahren. Maximal. Aber viele halten sich trotzdem nicht dran, muss man ehrlich sagen. Sobald das unbegrenzt Schult da ist, dann heißt es durchbrettern, da ist es eine freie Bahn. Da zieht wirklich überhaupt nix. Oh, da ist schon das Ziel. Da habe ich vergessen zu bremsen. Ein Prozent. Verdammt. Aua, au, au. Das tat weh. Aber draußen sieht man ja auch nicht mehr, ne. Aber draußen sieht man ja auch nicht mehr, ne. Oh. Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 da unten runter da gibt es richtig viel cash 7.900 euro aber in ehrenberg war noch nicht da fahren wir durch ehrenberg ok nehmen wir das doch was gibt es ja noch was gibt es denn noch der dritte walze traktor vorstagen autos fernsehgeräte möbel was war das hier vorstagen vorstagen düngemittel hat man gerade rating autos kommen wir nehmen das es ist drei uhr ist gleich tag der fun fix dorthin holt das ab da hat sich die sache auch gegessen haben die nämlich auch eingefunden die den auftrag endlich mal annehmen so Rass mich da mal schnell hin. Wee. Ich möchte gerne wissen, ob der Spritz hier auch wirklich an der Realität anliegt. Ich möchte manchmal wieder Autotreff, es ist gerade nicht ein Einsam. Uh, hab ich mich jetzt so erschrocken. Beispiel hier. Ich hole ein Auto. Aber wie viel schaffst du? Ah, 139, war glaube ich spitze. Da kam gerade Berg. Okay. Okay. Ich glaube, wir sind einfach zu schnell. Oder? Kriegen die ganze Zeit Geld abgezogen. Also, wie ist das ja auch nicht? Aber es müsste ja eh gleich Tag werden, oder? Ja, gleich 5 Uhr am Morgen. Es wird langsam schneller. Wir sind jetzt schon ganz schön schnell unterwegs. Zwar abnehmend. Aber schnell. Die Gegnerfahrbahn ist ganz schön viel los gerade. Ja. 43 Kilometer her. Sorry, hab's eilig. Man, ist doch noch rot. Ah, das gefällt mir schon besser. Ja, fahr doch lieber mal ein bisschen runter, ja? Danke, wir sehen euch vollast. Schnell, schnell, wir haben grüne Wälder. Hey. Es ist grün. Ah, äh, 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 äh. Kommt jetzt hier noch mehr? Oh, hast du keine Augen im Kopf? Was machen die denn? Oh, Mann, was machen die denn hier vorne? Grün. Warum fahr ich denn eigentlich nicht? Mach nur Faxen. Ich bin der von Fahrer gekauft. Aber ich finde diese zwei Kleinspiegel ist cool, weil da kann ich halt nicht den ja ausblenden. eigentlich. Oh, fahr schon wieder zu schnell. Es ist grün, es ist grün, es ist grün und fahr dir nicht zu. Es bremst der ab. Mann, regen die mich auf, ja. Rollen, 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 ja, ja, weiter rollen, weiter rollen, weiter rollen. und gewünschte Geschwindigkeit erreicht. Blinker ansetzen. Können wir die Geschwindigkeit rausnehmen. Und bitte hab's noch für uns da. Ja, hat's noch. Zwei mal. Ne? Was für ein Ding. O-o-o-o. Wenn du in der Sonnefennstil, da hast du eine ZO-o-o. Die ja durchscheinen. Ja. So ist das. Ich wusste es. Wir sind. Wir sind. Na, zum Glück 0% hinten drauf. Das passt. So. Wir sind zur nächsten Folge, meine Lieben, Freude mit uns. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschau.